Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Stardew Valley. Ich bin auf der Insel und ich will, dass das hier schön wird. Ich hoffe, dass das irgendwie schön wird hier. Ich brauche noch Straßen. Dip, dip, dip. Hier Geld brauche ich auch noch, jede Menge. Aber wie mache ich das? Muss ich da echt nach Hause? Kann ich das nicht hier bauen? Nein, kann ich nicht. Okay. Habe ich sonst noch irgendwas? Nein, ich muss wirklich nach Hause. Ich brauche noch ganz bestimmte Gegenstände, die ich euch nicht verraten werde, weil sonst wäre es hier langweilig. Und so, ihr versteht ja. Ah, ja. Ah, heute war Erntetag. Oh, es war schon Erntetag. Was willst du rabe denn? Es war Erntetag. Dass die das einfach so machen? Geht sich... Nein, es geht sich keine Ernte noch mehr aus. Äh... In zwei Tagen ist Herbst. Äh... Okay. Ich müsste auch... Ich sammle jetzt mal die Batterien ein. Wenn es hier welche gibt. Und hier das auch noch so ein bisschen... Nehme ich... Da ist noch eine Batterie. Ich sammle das jetzt schnell ein hier. Danke. Schweinchen, hab dich lieb. So. Wart mal. Hier. Raushauen. Okay. Sind hier noch Batterien irgendwo? Da unten. Da. Da. Vielleicht noch einen Café trinken. Dann bin ich schneller. Das war ein Bug. Der war schön. Na, Drachis? Ist hier überhaupt... Hier ist kein Elektro-Ding. Muss ich hinbauen. Da. Die Boxershort vom Bürgermeister hat's geregelt. Okay. Hier hinter ist auch nichts mehr. Hier oben. Spin ich. Hier unten. Hier ist auch nichts. Okay. Schade. Ich bräuchte mehr Batterien. Aber das ist egal. Wir bauen jetzt da ein paar schöne Lampen. Für die Insel. Und währenddessen kann ich ja auch... Das nehme ich. Äh. Was kostet denn hier? Holz. Ich hab... Ich hab doch Holz gekauft. Jede Menge. Ach. Ich hab das Holz hier unten reingepackt. Äh. Sorry. Ja, so. Okay. Okay. Das reicht schon. Okay. Den hab ich, glaub ich, auch noch nicht gemacht. Ich mach den mal. Äh. Da. 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 16 Stück. Ja. 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 Ich weiß nicht. Nehme ich den mit? Ja. Ich kann hier hier ja noch ein bisschen Deko-Krams mitnehmen. So ein paar Aliens. Die Ritter nehme ich mit. Ne Galerie. Könnte ich mir gut vorstellen. Dann hab ich irgendwas Eindrucksvolles. Irgendeine coole Statue oder so. Ah. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das auch. Habe ich sonst noch was? Die könnte ich auch mitnehmen. Braue ich nicht. Die könnte ich in den Keller packen. Da sind noch ein paar Ritter. Die nehme ich mit. Ja. Ja, weißt du was? Das nehme ich mit. Können wir auf der Insel auch ein bisschen anbauen. Das auch. Wer weiß. Vielleicht finde ich ja irgendeinen Design-mäßigen Hack. Keine Ahnung. Eine Mülltonne. Ein Schneemann auf der Insel. Weiß ich nicht. Oh, ich hab da glaube ich eine Idee. Oh, ich hab da eine Idee. Kriege ich das hin? Muss ich kurz nachschauen. Ich hab jetzt eine Idee. Jetzt ist wieder Inspiration. Hat gekickt. Jetzt muss ich noch ganz kurz zum, wie heißt der? Habt ihr Liebe? Oder für wen ist das Herz? Ist das für mich? Bist süß. Schleim ist hab mich lieb. Ich muss hier unten hin. Hier wird wieder Liebe gemacht. So, Meister. Ich hoffe, du hast da was, was ich... Was ich möchte. Nein, ich will hier nichts geben. So. Jetzt aber. So. Das. Ich glaube, das reicht. Dann kann ich wieder auf die Insel. So. So. Schwupps. Da geht wieder die Tür zu. Hi Luna, hab dich lieb. Ja. Äh. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Ja. Ich schieb dich vor mich her. Ja. Schön. Ja. Gehste jetzt. Jetzt läuft sie. Jetzt hab ich halt die Treppen vergessen. Die. Nee, deine. Okay. Wo mach ich das denn hin? Oder fang ich zuerst mit was anderem an? Ich brauch dafür nämlich ein bisschen Platz. Hm. Hier. Okay. Das reicht nicht. Aber das ist egal. Das weiß ich aber für später. Okay. Die platziere ich hier. Ich brauch noch Köder. Kann ich hier? Nein. Ähm. Okay. Hier ist ein bisschen schwierig. Die zu platzieren. Hier geht's auch nicht. Okay. Hier so eine Boogie-Boogie-Maske. Habe ich zufällig Stein hier? Würde mich interessieren, habe ich hier Stein? Nein. Kein Stein? Hm. Okay. Wohl die Ritter passen hier jetzt auf die Insel jetzt nicht wirklich, oder? War vielleicht falsch, aber ja. Hier. 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 Das sieht ja schön aus. Dann. Ja, ich weiß nicht. Ich brauche Stein, obwohl ich könnte mir jetzt da oben Stein gerade schlagen. Ich brauche halt viel. Geht das auch? Lol, das geht auch. Okay. Finde ich gut. Wo habe ich den? Da. Ich wollte das da oben hinbauen, nicht hier. So. Wie baue ich das ab? So. Hier die Brücke. Mich stört, dass das hier nur ein Weg ist. Ich bin hin und her gerissen. Hier. Wieso platziert das nicht dahin, aber da auf jeden Fall? Weil ich verrutscht bin wahrscheinlich. So. Da wird es hinpassen. So. Dann ist das hier relativ schön beleuchtet, oder? Der kleine See hier. Da kommen noch ein paar Pflanzen hin. Dann wird das hier richtig hübsch aussehen. Das sieht jetzt schon eigentlich toll aus. Hier vielleicht noch den Weg irgendwie verbinden. das da ein bisschen vollständiger aussieht. Da unten habe ich noch eine Idee. Hier. Hier. Ja. Ich brauche dafür halt diesen Stein, diesen roten. Hier. Ach. Natürlich schlafe ich ein. Ist ja klar. Ah. Ah. Menno. Ja. Gute Nacht. Die Zeit verfliegt, wenn man sich Dinge überlegt. Es ist morgen. Guten Morgen. Es ist morgen. Jetzt sieht es nicht mehr so schön aus. So. Was. Ich wollte das. Hier wird es Sinn ergeben. Aber dann ist der falsch. Habe ich jetzt. Glaubst. So. Geht sich das überhaupt aus? Es geht sich nicht aus. Hier wäre aber eine Zweierbreite. Muss ich mir hier irgendwas anderes vornehmen? Geht noch eins? Komm. So. Er wird auf. Geht bitte. Ich mach. Upload. Woh. Mach. Temno. ~~~ Sieh. Die. Sieh. 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 Okay, das ist es nicht, das auch nicht, hmm, dann was anderes hier. Hi Papagein, hmm, kann ich die hier irgendwie, nein, das sieht nicht gut aus, okay, ich brauche einen Stein, ich muss nach Hause, ich brauche den Stein und den anderen, sonst wird das hier nichts, oh, gut, ist ja schon nix der Morgen, äh, ja, gut, hmm, dann hat sich mein Plan jetzt gerade in Luft aufgelöst, leider, tut mir leid, das ist wichtiger. Wieso sind hier Löcher, warum wird das so seltsam angezeigt? Hä? Nein, das sieht voll seltsam aus, hä, im Herbst, ja, ah, ja, aber das sieht so seltsam aus, die Farbe stimmt nicht, ich habe einen Pack, aber sollte wahrscheinlich genauso funktionieren, ich gehe mal davon aus, so, aber was, achso, Kürbis wollte ich ja pflanzen. Hm, hm, bumm. Da liegt ein Stein. Ja, Mut, jetzt wird es langsam kalt, so, das sieht halt irgendwie hässlich aus, die braunen fleckende. Ich weiß ja nicht. Hm. 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 Okay, das Fels sollte fertig sein. Mal Kürbisse pflanzen. Ja, lass mich durch. Luna, wieso tust du mir das an? Ich habe nur noch 200 Kürbisse. Und ich bin voll. Okay, gut. Was mache ich da? Hm. Ja komm, ich lege die dabei ab und dafür den Kürbis rein. Was war das jetzt? Hä? Luna. Luna ist schon anstrengend manchmal. Achso, ich muss da noch was. Was ist das denn? Da war noch eine Pflanze. Okay, Kürbis. Ach, sind die Felder gegossen, weil das so aussieht? Kann das sein? Nein, das ergibt keinen Sinn. Ist halt alles ein bisschen buggy gerade hier. Ich muss das hier alles noch gießen, auch noch. Okay, da ist noch eine Pflanze. Da hat noch eine überlebt. Okay. Kürbis. Okay, hier hinten ist noch Platz. Ich muss Kürbis einkaufen. Ich brauche Kürbis. Erster Tag im Herbst. Dass ich immer von sowas überrascht werde. Obwohl es da oben rechts steht, was für ein Tatum gerade ist. War da jetzt gerade Hayley? Was macht die hier? Okay. Da ist halt die Straßenfarbe anders. Okay, Kürbis. Ich brauche Kürbis, Kürbis. Nicht ablenken lassen, Lucky. Wieso ist er nicht da? Es ist Montag, oder? Montag hat er doch offen. 17 Uhr ist es schon zu spät. Okay, das heißt, ich muss was anderes. Obwohl, ich brauche gar nicht so viel Kürbis. Ich habe ja immer noch vom letzten Jahr meine Ernte. Also, das Glücksding ist da. Das heißt, ich pflanze jetzt einfach was anderes. Ich haue jetzt mal da ein paar Sachen raus. Das, das. Das heißt, ich pflanze hier jetzt irgendwas anderes hin. Bereite mal das Feld vor. So. Okay. Bapp. Ja, Luna. Kannst du mir jetzt nicht im Weg rumstehen? Das freut dich. Oder enttäusch dich. Wer weiß. Oh, jetzt ist Nacht geworden. So, aber was pflanze ich? Darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Okay. Was bringt ein bisschen Kohle? Was bringt ein bisschen Kohle? Was habe ich denn so? Auf Lager. Das gebe ich mal ab. Kürbis. Knoblauch, oder? Wo habe ich noch Knoblauch? Hier, 300. Nein, das war im Frühling. Okay. Herbst, da habe ich noch acht Stück. Okay, kann ich vergessen. Geht das auch im Herbst? Herbst, ja. Dann kriegen wir noch ein bisschen Futter. Ich bekomme ein bisschen Mehl. Ja, da habe ich ein paar Dinge. Ja, einfach so unterschiedlich ein bisschen. Dass mal wieder ein bisschen Abwechslung reinkommt. So, hier das Zeug. Sollte reichen. Nein. Schnüppidi, schnapp, schnupp. So, hier ein paar Aubergine. So. Schön. Dann wird es diesen Herbst ein bisschen bunt hier. mit verschiedenen Pflanzen. Hm. Gut. Ich habe jetzt alles. Jetzt kann ich ja wieder an die Arbeit gehen. Oder ich kann nicht an die Arbeit gehen und ich mache jetzt den Wein. Das sind hier die Sternfrüchte. Oh, dann. Ja, äh. Ja. Mein Kopf denkt gleich drei Schritte voraus. Oder versucht es zumindest. Ah, ja. Ich nehme das. Ich gehe ja automatisch dann rüber. So. Ich muss noch was holen. Deswegen. Das, 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 das. Das gibt richtig Asche. Gib mir Zasta. Okay, hier bin ich fertig. Heißt, jetzt kann ich hier rüber gehen. Nein, nicht essen. Ist zu teuer. Ist zu teuer. Ist zu teuer. Ich will ja nur. Ich bleibe hier auf dem Knopf drauf und laufe hier einfach durch. Deswegen passiert das manchmal. Ach, da fehlt noch eins. Da fehlt auch noch eins. Da hinten. So. Jetzt gibt es wieder Diamanten. Die ich eigentlich gar nicht mehr brauche. So, gut. Äh, was wollte ich jetzt? Hier in den Kisten ist doch irgendwo noch das, was ich versaut habe. Wo ich einen Fehler gemacht habe. Da. Gut. Dann geht es ab nach Hause. Und der Wein wird eingelagert. Für nächstes Jahr. Dass wirklich guter Wein entsteht. Äh. Soll ich hier gleich ein bisschen verbessern? Äh. Nein. Geh mal jetzt da. Mach den mal weg. Kann ich hier einen rein platzieren. Der wird ja nicht angenommen. Okay. Hier. Wieso muss ich jetzt schon wieder schlafen? Kann mir das jemand sagen? So. Hier. So. Schnippidi, schnabidi, schnupp, schnupp. Okay. Ich brauche jetzt das. Hm. Okay. Also mehr kriege ich hier nicht rein, oder? Ich wüsste jetzt nicht wie. Okay. Es geht sich nicht mehr aus. Ich muss pennen. Ach, Mist. Ja, ich muss pennen. Ich habe es die Treppen hoch geschafft. Noch in der Küche umgekippt. Ah, Leute. Und, Leute, das war es auch wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da und ein Abo. Würde mich sehr freuen. Und lasst einen netten Kommentar da. Hab euch lieb. Ciao, ciao.